hallo leute und herzlich willkommen zur zweiten folge star wars battlefront tattoo wir machen direkt noch mal starfighter assault wobei ich habe vorhin ich habe in den optionen ein bisschen was rum gewurschtelt aber ich weiß jetzt natürlich nicht stellen wir die auch mal auf legacy ob ich so die einstellungen von von dem alten star wars wieder hab also von star wars battlefront da 1 müssen wir jetzt einfach mal gucken müssen wir mal gucken wie das wieder so ist moment mal moment ich habe noch was gesehen stellen das mal noch ein bisschen runter bestellen dass man ein bisschen runter ich weiß so kann ich zwar nur langsamer mich umdrehen und zielen und aber dass das dass ich glaube ich hoffe es ist nicht so übel so jetzt direkt multiplayer hat er ja schon und dann starfighter so zum beispiel habe mich tierisch geflasht letztes mal ich muss jetzt einfach gucken dass ich die steuerung ein bisschen den griff krieg ich und knöpfe drücken ja so destroying turrets can make it easier to defeat your primary objective die ich mich nicht zu tun und ich mich nicht mehr kann ich mich nicht mehr kiel das start die stürmer und du hast das und wir spielen direkt direkt einmal die 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 hier ich will starte geht es 6 4 3 2 1 Nein, 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 ich bin noch nicht bereit. Okay. Ja, schön. Komm, hier, mach hin. Alter. Ist doch nicht falsch. Wir sind diesmal direkt die Rebellen. Die Rebellen. Die Rebellen. Okay. Sieht gut aus. Ja, ich glaube, so komme ich. Ja, ja. Laufen. Halt, 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 halt. Ah. Cool. Oh, ich war das nicht. Ich war das nicht. Ich war das wirklich nicht. Halt, bleib mal hier. Na. Wo fliegen die denn alle hin? Hallo. Könntet ihr mal bitte auch nicht warten hier? Äh. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hallo. Wo, wo ist er? Das war ich nicht. Das war ich wirklich nicht. Ich kann nichts dafür, wenn die sich gegenseitig abknallen. Nein. So. Genug rumgeguckt. Jetzt wird immer ein bisschen gefeiert hier. Aus allen Rohren. Nein. Ich habe immer noch nicht die richtige Einstellung dafür. Aber das kriegen wir auch noch nicht. So. Erstmal ein bisschen. Hier. Was ist das? Oh. Alter. Ja. Rutsch mal doch den Droiden runter. Aua. Aua. So. Kann ich hier vielleicht noch mal schnell controls? Schnell runter, 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 runter. Wo ist es? 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 No. Äh. Hier. Forward, backwards, strafe. Flug, rotate. Kann ich das Rotate irgendwie ausschalten? Southpaw? Wir nehmen mal Southpaw. Paw Patrol. So. Ähm. Dann hier raus und wieder rein. Ah. Ich muss erstmal die Steuerung ein bisschen in den Griff kriegen. Danach, ähm. Ja komm. Hau rein jetzt. Danach gucken. Die richtigen Einstellungen finden. Vielleicht. Oh. Oh. Oh ja. Oh ja. Cool. Oh ja. Ich kann immer noch nicht besser zielen, aber oh ja. Oh ja. So. Warte noch, warte noch, warte noch. Ich kriege ich. Weil hier. Ich will auch ein bisschen schießen. Größer. Ah, unten. Komm, komm. Und. Feier. Komm, komm. Triff, trifft. Warum trifft der nicht? So, na warte. Dies kriege ich. Brauche ich gar nicht da rein zu zischen. Ich kriege dich schon. Ich kriege. Ich kriege einen Anfall. Wo ist er hin? Keine Ahnung. Also, wir attacken hier mal. Komm. Oh. Da, ist er das? Ist er das wieder? Aua. Aua. Jetzt hör doch mal auf, mich zu schießen hier. So, komm, komm. Komm, mein kleines Schnurzelchen. Äh, hallo? Ähm, das hat jetzt niemand gesehen, okay? Das ist gerade nicht passiert. So, also, das ist auch noch nicht. Ich versuche ja immer noch die richtige Einstellung zu finden. Und das ist schrecklich. Ähm, Southpaw ist es nicht. Legacy haben wir schon versucht. Street Rotate hier. Machen wir mal hier. Legacy, Southpaw. Ist wahrscheinlich ein Mix aus beidem. Könnte von Vorteil sein. Und ich bin letzter. Gewohnt. Gewohnt letzter. Ja, das ist immer sehr schön. Ich mag den Scheiß, ja. Ja. Ist aber auch jetzt hier. Ist aber auch jetzt. Oh, hoppla. Oh nein, das ist total verkehrt jetzt. Achso. Achso, okay. Okay, langsam, langsam verstehe ich das. Ich weiß, das sollte man jetzt eigentlich nicht tun, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ähm, das heißt, ich muss jetzt das, was ich hier habe, nur umgekehrt. Äh, Moment, was habe ich denn hier? Äh, Strafe. Und look. Rotate. Forward, backward. Forward, backward und sich nach links haben. Forward, backward, Strafe. Ja, da ändert sich nur das. Okay, ich bin doof. Dann wären wir wieder auf den Anfangseinstellungen. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt schon daran gewöhnt. Wo sind die? Ah, da. So, jetzt hier. Das war schon. Oh, Mensch, Leute. Ich brauche noch ein bisschen Hilfe hier. Okay, okay. Wir sind jetzt auf den Anfangseinstellungen und die waren wahrscheinlich doch nicht so übel. Treffe ich? Oh, hallo. Hier, zack. Fristat. Und von dem her, von dem her, von dem her und von dem her und ich bin kaputt. Aber ich habe einen mitgenommen. Ich habe einen mitgenommen. Ja, ich bin ein geiles Stück. Weltraumtechnologie. Nein, nein, nein. Nicht mal im geringsten. Hat der einen schwarzen Tiefalter? Nee, oder? Nee, das sieht wahrscheinlich nur so aus. So, ähm... Ja, bin ja dabei. Bin ja dabei. Bin ja dabei. Ich versuche das jetzt mal. Vielleicht kriege ich das sogar hin. Ah, nicht zu tolle. Nicht zu tolle. Feier, 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 feier. So, dann nächsten ist der hier und... Komm schon, feier. Boom, tschakalaka. Uha. Ich mag den Scheiß. Ich mag das wirklich. Kuckuck, mich hat keiner gesehen. So, jetzt gehen wir da raus. Wenden kurz. Komm, mach... Au, au, au. Lass das. Machen den... Aua, selben Scheiß gleich nochmal. Oh, 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 oh. Aha, ihr kriegt keine Punkte von mir. Äh... Das ist... Das war jetzt... Das war... Wow. So, da kann ich jetzt hier vielleicht mal... Ping, 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 puff, puff. So, jetzt... Oh, oh, das mache ich jetzt wieder. So, pam, 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 pam. Ich muss ein bisschen schneller fliegen. Bleib mal hier. Bleib mal. Warte mal. So, jetzt reicht es mir aber. Komm, schieß. Schieß. Das treffe ich natürlich wieder nicht, aber... Oh, 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 oh. Ja, 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 das war klar. Heile mich keiner Roboter. Dankeschön. So, jetzt kommt da schon wieder so eine verdammte Rakete an. Also, Aua. Aua. Ich muss noch ein bisschen mehr üben und mich hier ein bisschen mehr... Voll ins Zeug legen, was das Zeug wie hier, Alter. Es ist wirklich hier. Das geht aber gar nicht. Ich komm, ich komm. Ja. Ja, nicht nur eine Hand. Mehrere Hände. Aua. Auf zu schießen jetzt. So, ich geh jetzt hier wieder rein. Au. Ich versuche hier wieder rein zu gehen. Au. Oh, oh, oh. Das war... Das war nicht so gewollt. Heile mich. So, dann schießen wir direkt auf den da. Torpedos raus. Und volle Pulle. Komm schon. Volle Pulle, volle Pulle, volle Pulle. So. Wir gehen hier direkt raus. So, ich versuche einmal den linken Stick gar nicht zu benutzen. Das kommt wahrscheinlich besser. So, gehen wir hier direkt wieder rein. So. Oh, jetzt habe ich ihn doch benutzt. Ah, 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 ah. Bremsen. Stopp, 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 stopp. Feier. Yeah. Okay, ich feuere einfach weiter. Oh, oh. Melenium von Kammannflug. Kann ich eventen? Nein. Ein Versuch war es wert. So, ähm. Komm, rein. Nur noch ein Prozent. Gewinn. Gewinn. Hau rein, der Scheiß. Los, mach schon. Ich will auch. Bevor wir keine Leben mehr haben. This is gonna be fun. This is gonna be fun. I think so. So, mach mal wer was hier. Wo wir wieder alles selber waren. Tak, 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 tak. Feuer. Au, 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 au. Was auch immer das war, das war ziemlich scheiße. R2, R2. Hörst du jetzt auf zu schießen hier oben vielleicht? Das gibt's doch nicht da. Pum, 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 pum. Au. Au, 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 au. Au, 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 au. Oh, na, 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 na. Na, 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 na. Okay, ich muss ihn mal eben schnell verziehen. Tschüss. Heile mich. Droideka, heile mich. Oh. So. Jetzt die hier. das war ganz schön knapp hier nein 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 lässt du das so hier volle action aber ich glaube ich hab's gelockert ich bin ein projekt hier das kann nicht wirklich viel außer möchte ich rum so bums und das was dann auch schon aber ist ja das war natürlich so gewollt beim bernbarn 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 war das alles sonst noch wer hat der reaktor okay und wo ist der da irgendwo das schaffe ich niemals dahin hatte mich mal auch wenn es lustlos war ich muss ich muss da eben mal schnell tschuldigung so komm schon feier 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 das muss noch reichen hat noch gereicht ich habe ein bisschen was reingehauen hier der y-wing ist gar nicht so übel wie ich dachte da hat einer tatsächlich hans felken also hans felken nicht hans au 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 was zum würdet ihr das bitte lassen so bremsen und feuer okay ich krieg das hin ich krieg das ist gar nicht so will das nur ein kleiderblech schaden das macht nix ist alles okay jetzt hört mal auf mich zu schießen hier so feier 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 torpedos feuer dankeschön so ein bisschen bremsen muss ich wahrscheinlich auch noch hier okay reaktor ich war da das ist doch gar nicht wahr ich bin da noch längst nicht dran gewesen also wirklich ich bin da noch ein bisschen abgelaufen und ich kann mir kein schaden machen aber ich bin mit ganz vielen anderen im dünnste moment dünnste moment gestorben so ja komm schon wir machen noch ein bisschen scherp wie das war schon we've lost too many we retreat to fight another day that was awesome guys i tell you that was so awesome that was so pretty awesome oh my god i love this game i love it right now so jetzt haben wir hier 50 sekunden zeit um ein bisschen die zeit zu verquatschen ein bisschen was zu gucken was für eine huge challenge challenge time play starfighter assault starfighter starter crate ich habe einen schau hat und ich ging aber dem für den brauche ich für den 2 1500 und ich habe battle points 0 ah die kriege ich während dem schade wieder mal den interceptor wenn ich dann irgendwann mal starten kann karten habe ich habe ich hier kann ich hier ja kann ich ja habe ich hier auch karten und hier habe ich den hier noch okay wir nehmen aber wir nehmen aber wir nehmen aber den interceptor see i show hard on this game hello everybody i'm here ja jetzt spielen wir hier noch eine Chance mit diesen kruisen in place fire power weapon mit this und 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 f**k you und f**k you und f**k you und 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 uh oh das war das war bad fire yeeha whoo come on yeah you are mine come on yeah come on take it take it on the effect where are you hello hello come on come over here ich rede die ganze Zeit es tut mir so leid leute ich kann es nicht mehr abstellen so hier komm schon das krieg ich so was haben wir jetzt out of range also hier au 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 nein also wer das war das das habe ich gemacht das war wahrscheinlich ziemlich cool aber ich weiß nicht was ich finde au so soll ich hier mal ein bisschen huh wuhu versuche mich mal zu treffen hier so ha zack wow umkehrt wow damit hast du ja nicht gerechnet so bin ich jetzt los oh das war Boost oh das war Boost das war im falschen Moment der Boost so mhm äh ah you think you got me huh you think you got me komm 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 schon und Feuer na toll danke dafür ähm wir schießen mal ein bisschen auf den hier ja und durch immer ein bisschen Boost hier so jetzt aber jetzt aber hier zack 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 feuerfrei Nein, dich. Nein, den wollte ich nicht anvisieren. So, dann haben wir auch. Tschüss. So, jetzt. Okay, es. Hallo. 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 Würdest du dich bitte wieder ein bisschen beruhigen? Dankeschön. Toll, jetzt hängt mir wieder einer im Arsch. Wir müssen jetzt wahrscheinlich hier die hier. Au. So, ich sage. So. Au. Au. Feuer. Oh, ich muss weg hier. Juhu. Bitte, bitte, bitte. Beruhig dich wieder, kleines Schiff. Danke, danke. Aua, Aua, Aua. Würdet ihr das jetzt bitte unterlassen? Ich bin hier keine Zuschauer. So, müssen wir hier die da, die Dinger, hä? Wir gehen hier mal rein. So. Nur eins. Feuer. Uua. Alter. Schieß, 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 schieß. Au, 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 au. They got me. Okay. Es ist, wow. Der ist auch geil. Die sind alle geil. Welchen soll ich denn? Ich habe, jetzt habe ich nicht geguckt, wie viele Punkte ich habe. Habe ich denn echt Punkte gehabt und hier Dings? Millennium Falcon or something else to take me? Nein, nein, wahrscheinlich nicht. Ja, bin ja dabei. Geh mir nicht auf den Sack, bin ja dabei. Feuer, 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 Feuer. So, auf zum nächsten. Geh weg da. Schiefe, 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 schiefe. So, ich verzähl mich immer im Schneid. Au. Wer war das? Au. Würdest du es? Bitte unterlassen. Nein, 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 nein. Jeder kann durch mich durch fliegen? Ok, der andere kostet 3,5 Teile. Nehmen wir einen Bomber. Ich glaube, einen Bomber können wir auch ordentlich Schaden machen dafür. Die Frage ist nur, kommen wir genug weit rein? Das kann jetzt hin. Nein. Ok, ich komme. Warte doch nicht. Warte doch nicht. Was ist das hier? Bam, 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 bam. Komm schon, komm schon, komm schon. Wurm. Wurm, 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 wurm. Kennt ihr? Bam, bam? Woh, bam, 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 bam. Ich mache hier ordentlich Schaden. Wahrscheinlich werde ich nicht lang genug überleben. So, gehen wir hier mal schneller. Hier, zack. So, dann abdrehen und hoch. Au. Wo ist denn? Au. Wo ist denn? Ah, hier oben? Nein. So, ja, ich habe Schaden genommen. Ich weiß. Au. Ist aber auch gemeint. Sobald die mich einmal sehen, ist direkt hier Sense. Schicht im Schacht. Äh, hier. Mit dem sind wir zwar schneller und wendiger. Dafür machen wir zwar weniger Schaden und so, aber... Wir sind schneller und wendiger. Können wir den so richtig nachhetzen? Komm, komm, hier, mach. So. Destroy the Shield Protectors. Das immer noch? Mann, Leute, habt ihr das immer noch nie hingekriegt? Woll ihr alles alleine machen, Mann. Mann, Mann. Ich komme. Oh, falsche, 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 falsche Denke. Ich treffe das von hier aus nichts. Komm. Komm her, komm her, du Pedder. So, ich muss hier ganz schnell wenden. So, mal ein Stück. Und wenden. Abgewendet. Ist kaputt. Okay, cool. Danke. Zack, zack, zack. Komm her. Komm her, du. Häuser, Häuser. Passen? Passen? Nein, Feuer. Toll. Oh, oh. Nein. Oh mein Gott. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. So, hier, da können wir wieder. Ja, okay. Es ist, wow. Es sieht einfach Hammer aus. Es spielt sich mittlerweile auch einigermaßen angenehm. Würdest du das? Bitte unterlassen. Nein. Jetzt lass das mal. Jetzt lass das nicht mal alles gelaufen. Alter machen. Au. So, guck. Nein. Nein, 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 nein. Ich hab total die Orientierung verloren. Aber wir haben schon beinahe zweieinhalbtausend Punkte. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Ja, wir attacken hier mal. Feuer. Feuer. So, Nummer eins ist so. Die erste Klammer wäre gelöst. Und rate mal, was sich auch in Luft aufgelöst hat. Ich. Toll. Komm schon. Attack the reactor. Ah, nicht mehr die Klammern? Sind die Klammern schon alle gelöst? Ah ja, sind sie. Come on. Give it. Schneller. 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 So, wir aktivieren das mal hier. Zack. Und dann direkt den hier noch. Und dann direkt den hier noch. Und dann direkt den hier noch. Und dann hier noch nicht. Oha. Was hat mich jetzt getötet? War das der Millennium Falcon, der mich jetzt getötet hat? Ernsthaft jetzt? So, jetzt reicht's. Was, nur weil den jemand schon spielt, kann ich den nicht mehr nehmen? Oh, echt jetzt? Nein, halt. Ich wollte eigentlich einen Bomber nehmen. Toll. Mit einem Powerwing gegen einen verfluchten Sternenzerstörer. Ja, das macht Sinn. So, hier. Komm, 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 komm. Feiern. Boah, das war ein geiles Modell. Danke, das habe ich dir direkt abgeguckt. Du bist zur Unkenntlichkeit und noch viel weiter. Dankeschön. Dieser kleiner Penner. Kann ich jetzt den? Oh, ich kann den nehmen. Not enough points. Ich kann... Ich will den. Ich kann total den schwarzen X-Wing nehmen. Ja. Ich bin jetzt so gut, gleich ich pointe habe dafür. Au, au. Aber was zum... Ich bin noch nicht mal im Spiel. Würdet ihr das bitte unterlassen? So, also, okay. Dann hier. Feuer. Zack, 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 zack. Und Schuss. Sonst noch einer? Nein, das war's. Okay. Schon mal auf Richtung Reaktor. Ja, bin schon dabei. Bin schon dabei. Oh, feier, 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 feier. Heilern. Nicht vergessen. Au. Würdet ihr das bitte unterlassen? Würdet ihr da das endlich bitte unterlassen hier? Au. Au. Wo ist er? Wo ist er? Hier oben. Ja, wir haben den schon fast, wir haben den schon fast, ja, vielleicht gewinnt man ja nicht meine Runde. So, wir heilen uns nochmal hier, Schilde hoch. Äh, wir sind jetzt nicht... Fast schädig. So, wir sind die Kupplung. Ah, hier oben. Weiß sie wieder alles auf dem Kopf hier. Wie höchstens schrecklich. Au. Nein. Los, schieß die Rakete ab. Was auch immer. Schieß da rauf. Schieß da rauf. Feier. Oh. Das habe ich gespielt. Aua, 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 aua. Au. Nein, au. Nein, au. Nein. So, schieß. Schieß. Gut, gut. Nur noch einer. Nur noch einer. Richtig. Shit. Verdammt, musste ich kurz den Hüster hier reinhauen. Oh. So, jetzt aber hier. Komm, komm. Komm, 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 komm. X-Pong. Äh, X-Com. Cable-Com. Was auch immer. Komm schon. Versteht die Kupplung? Zerstört die Kupplung. Zerstört die verkackte Kupplung. Da los. Macht schon. Schneller, 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 schneller. Alles muss man selber machen hier. Jetzt reicht's mir aber. So, ich komm schon. Bin schon da. So, bitteschön. Jetzt verziehen wir uns. Das war ich. Das war ich. Das hat jeder gesehen. Das war ich. Wir haben es getan. Wir haben die Empires Grip auf dieses gesamtes System geschlossen. Ja, geil. Nice. Ich hab mein Bestes gegeben. Und bin... Was war denn jetzt? Letzter? Oh, ich bin Rang 4. Toll. Nee, Rang 3? Wenn, wenn ich... Ah, ich bin Rang 3. Das ist auch Rang 3,5. Ich bin 3,5 Jahre alt. Und das gefällt mir sehr. So, Leute. Ich würde mal sagen, danke fürs Dabeisein. Hoch die Hände. Folgende Ende. Das war's mal wieder für diese Folge. Ich wünsche euch jetzt eine angenehme Zeit. Jetzt macht doch nicht so ein Radau hier. Ich geh mal raus. So. Tschüss. Ich kann mich sonst nicht von euch verabschiedern. So. Auf jeden Fall hat's richtig Spaß gemacht. Mal wieder hoch die Hände. Der folgende Ende. Und so, ja. Ich muss unbedingt damit aufhören. Oder meine Pillen wieder nehmen. Wo sind meine Pillen? Auf jeden Fall. Danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Solange die Demo, äh, die Beta, Demo, Demo, Beta, was auch immer das ist, noch läuft, spiel es denn noch. Spiel ich es denn noch. Toll. Das war... Ich fände es einfach raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tju. Peace. Boop, boop, beep.